So, liebe Hertha-Fans, wir kommen zu euch ins Wohnzimmer. Wir spielen in unserem Wohnzimmer Hertha BSC gegen den SC Paderborn in der FIFA 20 Bundesliga-Home-Challenge. Elias N97 näherlich gegen Lukas Fiedler, die erste Partie und die Paderborner im Vorwärtsgang. Auf der Mittelposition ist das Car-Pitch, dann geht der Ball schnell durch die Mitte, aufgepasst! Da ist das 1-0, da kann sich der Rüne machen, wie er will. An dem Ball kommt er nicht ran und die Paderborner sind vorne. Also Elias, jetzt bist du aber gefordert. Kunja auf Moke Pritz, der in der Startelf steht, überraschend für manch einen vielleicht. Darida, schauen wir mal, wohin mit der Kugel, nicht quer, nach vorne muss sie. Dann ab auf Kunja, der Schuss kommt. Zingerle Held, das war die erste Chance für unsere Hertha. Jetzt gleich 30 Minuten rum, mal über die rechte Seite. Vedat Ibisevic, macht ein Riesenspiel, kann ich schon mal verraten. Jetzt dreht er nochmal ab, dann in die Mitte gegeben, dann geht es ganz schnell. Matthäus Kunja in die kurze Ecke 1-1! Drin ist er und Elias nimmt gleich mal einen Schluck aus der Pulle. Ja, richtig so, hat er nämlich schön gemacht, gleich abgeschlossen. Der Ausgleich, aufgepasst, kurz vor dem Wechsel. Die Paderborner nochmal mit einem Angriff, der Ball in die Mitte und super Parade von Rühne-Jarstein. Der hält uns das Unentschieden in der ersten Hälfte fest. Und so werden auch die Seiten gewechselt. Es werden zweimal 25 Minuten gespielt und ja, das ist schon eine ganz ordentliche Nummer. Spiel Nummer 1. Das zweite macht nachher Maxi. Jetzt aufgepasst, die Hertha kommt, zweite Hälfte. Und das ist eine Möglichkeit. Kurz abgeschlossen, aber Zingerle hält die Hertha. Aber gerade in diesen zweiten 45 Minuten gleich, wirklich hellwach. Elias auf der rechten Seite mit Vedat Ibisevic. Und der zieht nach innen, tanzt seinen Gegenspieler aus. Guter Querpass. Kunja ab in die Mitte. Mokiprit und der Ball kullert über die Linie. 2 zu 1. Cooles Ding. 75. Spielminute. Mokiprit, ja, steht in der Startelf und trifft. Mit einem Kullertor, aber toll vorbereitet von Ibisevic. Wir gehen weiter in die 82. Über die linke Seite. Das ist Piontek, der gekommen ist. Der tritt auf den Ball. Dann gibt er in die Mitte. Und da ist Vedat Ibisevic, der Vedator. Da macht ihm auch im digitalen Umfeld keiner was vor. Da ist er da. Mit einem Ballkontakt drückt er den Ball über die Linie. Keine Chance für Zingerle. Die Hertha führt 3 zu 1. Elias, der Sieg ist hier fast nicht mehr zu nehmen. Wir sind schon kurz vor Ende der Partie. Collins verliert den Ball an Ibisevic. Ich sag doch, der macht eine Riesenpartie auf dem rechten Flügel. Und dann Foulspiel. Es wird nochmal einen Freistoß geben in dieser Partie. Wie gesagt, zwei Partien sind zu spielen. Die zweite gleich Maxi. Jetzt gucken wir uns die letzte Szene an. Ibisevic 3 zu 1. Der Sieg ist uns also sicher. Kurz gespielt auf Schellbrett. Kriegt den Ball nochmal zurück. Jetzt müsst ihr das schnell machen. Sonst ist die Partie gleich zu Ende. Schellbrett ab, Torunariga, Mokiprit. Und er macht das zweite. Ha! 4 zu 1. Yes! Was für ein schönes Ding. Und damit haben wir das erste Ding im Kasten. Das erste Spiel ist gewonnen. 4 zu 1. Und damit? Elias, alles richtig gemacht. Alles klasse gemacht. Und da hat Maxi schon eine richtig gute Vorlage bekommen für seine Partie. Ja Leute, ich konnte mein Spiel 4 zu 1 gewinnen. Gigi hat mein Gegner. Der hat echt gut gespielt, ey. Der ist auch noch in Fügung gegangen. Dann war es gar nicht so einfach. Hat gut auf Ballbesitz gespielt. Aber am Ende, denke ich, war der Druck sehr hoch bei ihm in der Abwehr. Und dann, ja, konnte ich das Spiel 4 zu 1 gewinnen. Maxi, ich hoffe, du gewinnst jetzt, Junge. Vielen Dank, Elias. Vielen Dank, Recki, für das erste Spiel für den Sieg. Und jetzt geht es weiter im zweiten Spiel mit Maximilian Mittelstädt und Manne Sangel am Mikrofon. Und Darida am Ball, der versucht nach vorne zu spielen über Kunja. Eine schöne Stafette, aber abgefangen von den Paderbornern. Unsere Hertha natürlich in Blau-Weiß. Und die Paderborner im Angriff gehen jetzt auf den Angriff im Strafraum. Der kommt jetzt schon relativ frei zum Schuss, aber Jordan kann abwehren. Der Gegenangriff unserer Blau-Weißen über Lucke Bakke, der versucht jetzt und erreicht sogar Mo Kiprit, der zwei Tore im ersten Spiel erzielen konnte, im Strafraum schießt. Aber Zingale im Tor der Paderborner kann klären. Und Piatek versucht jetzt, den Ball am Strafraum zu behaupten, verliert den Ball. Aber wir sind wieder im Angriff. Und diesmal wieder Piatek am Strafraum, kann sich diesmal besser durchsitzen. Schießt, Tor! 1 zu 0 für unsere Hertha durch diesen wunderschönen Rechtsschuss, den Maxi Mittelstedt sozusagen gelenkt hat. Und damit führt unsere Hertha 1 zu 0 bei Hertha TV und Hertha on Air gegen Paderborn. Ist das eine komische Geschichte, jetzt so ein Spiel mal zu kommentieren. Und die Paderborner sind am Ball gehen mit Sabiri in den Strafraum. Und Maxi, wie wäre es mal, einen da von uns da hinzuschieben? Der steht immer noch frei und kommt zum Schuss. Und damit steht es jetzt 1 zu 1 durch Sabiri in der 20. Spielminute. Und jetzt machen wir einen großen Sprung in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Schon wieder die Paderborner im Angriff. Und Jordan Turner-Rieger kann klären, damit ist Halbzeit 1 zu 1 steht es zwischen unserer Hertha und dem SC Paderborn. Und die sind schon wieder im Angriff mit dem Ball. Und Bröger im Strafraum versucht nach hinten zu legen, wird noch abgefangen und abgewählt von uns. Aber die sind immer noch am Ball und versuchen jetzt in den Strafraum, das gelingt. Und ja, 1 zu 2 im 48. Kein guter Auftakt in der zweiten Halbzeit. Die Paderborner führen jetzt mit 2 zu 1 gegen unsere Hertha. Und jetzt muss mal der Mo Kiprit spielen. Und das macht er ganz wunderbar auf den Polen Piatek. Und ja, Mensch, wenn das mal im realen Spiel auch so wäre, das ist ihm zu wünschen, wenn wir mal wieder im Olympiastadion oder wo auch immer spielen können. 2 zu 2 der Spielstand. Und das ist die 60. Spielminute. Und eine super Reaktion von Rune. So wie wir ihn kennen, konnte er den Ball des Paderborners abwehren. Und jetzt geht es schon in den zweiten Teil der zweiten 45 Minuten. Und Loke Bakio hat den Ball versucht, den jetzt in den Strafraum hat er. Und Mo Kiprit erzielt das 3 zu 2. Und irgendein Schiedsrichter, wie auch immer, der das Spiel leitet, hat auf Abseits entschieden. Eine Wiederholung haben wir hier leider nicht, die wir anbieten können. Aber wir müssen das so hinnehmen. Und schon wieder unsere Hertha im Angriff in den letzten Spielminuten. Wieder Piatek gibt auf. Askibar und der Torhüter, der Paderborner, kann halten. Und jetzt ist der Endstand. Tschüss, macht's gut. Der Manne, Hauhe, vor allen Dingen bleibt gesund. Jo, mein Fazit zum Spiel gegen den St. Paderborn. Ich denke, ich bin ein wenig schwer in die Partie gekommen. Vielleicht war ich am Anfang noch ein bisschen nervös, da ich ja auch sehr lange keinen FIFA mehr gespielt habe. Trotzdem denke ich, dass ich mit dem 2-2 sehr zufrieden sein kann. Ja, ich hatte hinten mit Rune einen starken Rückhalt auf jeden Fall. Und mit Christoph einen super Stürmer, der mir zwei Buden gemacht hat zum Glück. Und ja, vielleicht am Ende auch ein wenig Glück gehabt, weil Rune auch wirklich stark gehalten hat. Und vielleicht war sogar der Lucky Punch noch zum Schluss drin. Aber trotzdem, ja, bin ich zufrieden mit dem 2-2. Und zum Glück hat Ewi auch so gut vorgelegt, sodass wir ja den ersten Heim-Sieg einfallen konnten. Und jetzt geht's eben auch nach einemeleben Kopf und Praktik potentially. Wie darf ich denn? Kommt! Kommt!